Findet ihr langsam auch, dass sie es mit diesen Zeitspalt-Rätseln hier ziemlich übertreiben? Aber auf jeden Fall, willkommen erstmal zurück zu Let's Play Final Fantasy XIII 2 und wir sind hier gerade in Urba JS400, wo wir wieder mal ein paar Zeitspalt-Rätsel machen dürfen und natürlich ja unter anderem das verhasste Kristalluhr-Rätsel. Ja, und ich versuche hier natürlich mein Bestes, um jetzt hier dieses zu lösen. Ich hoffe mal, ich schaffe das jetzt auch. Also, ich muss ja irgendwie herausfinden, wie ich das am besten mache. Äh, joa, gut, ich werde jetzt erstmal... Ich glaube, ich lasse erstmal das hier offen, damit ich die drei vielleicht noch irgendwann benutzen kann. Ja, gut, 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 gut. Ich versuche mal ein bisschen, was ausgefallen ist. Vielleicht klappt es, ja? Ja, es geht auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, gut. Mal gucken. So, jetzt sind wir ja hier. Alles klar. Ich glaube, ich habe da was. Ich habe da schon was. Es war jetzt so eine reine Theorie, aber vielleicht sind wir ja schon auf dem richtigen Weg. Oh ja, das sind wir auf jeden Fall. Gut, wir haben es geschafft. Okay, das nächste dann. Rätsel Nummer 4 ist gelöst und jetzt kommt nur noch ein einziges. Und zwar ein richtig knackiges. Und das hat sogar einen Timer. Ich glaube, ich bin bekloppt, ey. So, dann mal los. Dann mal weiter. Ich fasse es mal hier mit. Die sind ja eigentlich ja praktisch die wichtigsten. So. Okay, da haben wir ja schon mal gleich den Fehler gefunden. Das war nicht so gut. Okay, Zeit, wieder zu versuchen. Ja, auf ein neues. Gut, ich habe ja von hier aus erstmal alles gut im Blick. Ich darf jetzt nur nicht zu weit reingehen, sonst geht der Timer wieder los. Okay. Erstmal, Fakt ist was. Wie erreichen wir welche Zahlen? Das ist wichtig. Okay, warte mal. Lass mich mal nachdenken. Also, ich weiß, die beiden Füller können sich untereinander gut erreichen. Das sehe ich schon. Die beiden Vierer können durch die Zweierzahlen erreicht werden. Die drei da oben. Wird locker durch die Eins erreicht. Und sogar auch durch eine Fünf, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Alles klar. Gut. Da muss ich erstmal nochmal nachdenken. Also. Okay, diese zwei erreiche ich auch ohne Probleme. Diese ebenso. Was ist mit der da vorne rechts? Okay, die lässt sich eigentlich auch ohne weiteres erreichen. Mithilfe der vier hier. Also, so wie es aussieht, kann eigentlich ja jeder Zahl von überall erreicht werden. So, dann nehmen wir einfach erstmal das weg, was sie eigentlich sowieso erstmal... Das hilft. Okay, gut. Knall ich erstmal das weg. Und dann nehme ich mal das hier. Okay, ich bin auf die vier gekommen. Sehr schön. Auf die fünf. Die bringen wir ja jetzt auf die andere fünf rauf. Und auf... Ja, sonst weiter nix. Ah, verdammt. Okay, das war nichts. Okay, das ist mal wieder eine ziemlich harte Nuss. Kann man nicht anders sagen. So, okay. Ich kann die oberste da nicht sehen, aber ich glaube, das ist eine vier, oder? Ja. Ah, Mist, zu weit. Okay, dann jetzt mal ganz ruhig. Gut. Packen wir erstmal die ganzen kleinen Zahlen weg. Ja, gut. Okay, die Eins ist nur schwer zu erreichen, also dafür müsste ich die eine vier benutzen. Obwohl, so hätte es auch gegangen. Ah, ich bin so doof. Shit, ich hätte es wirklich anders machen sollen. Ich hätte die Eins auslassen sollen. Mist. Ich werde in spirituell helfen, also gute Glück, Kubel. Na gut, dann mache ich mal was anderes. Okay, ich rate jetzt einfach nur hier drum. So einfach mal so herum. Irgendwann kommt doch bestimmt dabei heraus. Okay, gut. Okay, nächster Streich. Okay, an die vier komme ich nicht ran. Okay, dann muss ich das so machen. Ja, okay, nein. Das wird wieder nix. Mann, ich hasse diese Rätsel. Echt jetzt. Das ist einfach nur furchtbar. Da haben die ersten vier Rätsel eigentlich ja locker funktioniert und jetzt habe ich sowas hier. Gut, von hier aus kann ich jetzt erstmal alles sehen. Okay, versuchen wir das nochmal nach unserer altbewährten Methode, die eigentlich immer ziemlich gut funktioniert hat. Mehr oder weniger jedenfalls. So. Okay, und ich glaube, ich habe vielleicht schon was. Oder? Nein, leider nicht. Ah man, ich habe von nirgendwo aus einen guten Ausgangspunkt hier. Das ist schlecht. Das ist einfach wirklich mies. Oder? Oder warte mal. Ja, warte mal. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder? Aha. Ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann sollte... Dann versuchen wir es mal mit der hier zuerst. Warte mal. Ich kann noch irgendwie was auf die drei da springen. Die fünfte da oben. Dann nehme ich die am besten erstmal weg. So. Gut. Jetzt weiter. Ich muss das mal überlegen. Also von der obersten fünfte hier eben. Okay. Das heißt, ich muss das anders machen. Ich probiere es mal so aus. Okay, da geht es jetzt nicht anders. Ich muss da die fünf nehmen. Sonst bleibe ich wieder im Leeren stehen. Okay, gut. Aber ich sehe es eigentlich schon, nein, das wird wieder nichts, weil ich die drei nicht erreichen kann. Verdammt. Ich kann schon wieder die drei da unten rechts nicht erreichen. Das ist blöd. Gut, warte mal. Nochmal eigentlich mal nachdenken. Also wie kann man das am besten machen? Mal jetzt mal ausgehend davon, welche Zahl kann wie oft erreicht werden? Das ist jetzt erstmal die Frage. Fangen wir zum Beispiel mal mit der vier hier an. Die kann von der drei da rechts und von der eins da rechts eigentlich ja locker erreicht werden. Und weiter? Sonst nichts. Also es sind zwei Zahlen. Gut, mal ausgehend wir jetzt von der eins da vorne. Die kann nur von der zwei da erreicht werden. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Die eins da rechts. Gut, die zwei. Die zwei kann nur von der eins da rechts, von der eins da links erreicht werden. Also... Ja, also ich würde mal sagen, der gute Start wäre tatsächlich erstmal zuerst die und diese. So, jetzt mal eigentlich, ich habe mal schnell überlegt, die kann da erreicht werden. Ja, es ist tatsächlich nur diese eine drei. Die kann nur von der eins zwei da erwischt werden. Aber, warte mal, das geht ja schon wieder ins Leere. Verdammt! Ne, ich habe da irgendwas übersehen. Mist! Okay, das war jetzt schlecht. Also wenn ich das jetzt vorher geahnt hätte, also ich habe da irgendwo was übersehen, und zwar die eine sechs habe ich vergessen. Okay, noch einmal. Nochmal einmal ausgehend von dem, was ich hier alles habe. So, okay, das geht. Mhm. So, gut. Ah, Mann. Mein Kopf raucht schon langsam. Okay, gut. Gut. So. Okay, ich probiere mal was aus. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt wirklich schon so weit vorausgedacht habe. Okay, weiter. Im Text. So, auf welche komme ich da noch? Ich probiere es mal aus. So, der kommt auf die vier. So, jetzt muss ich mal nachdenken. Also, ich kann diese vier jetzt ohne weiteres da hinten erreichen. Okay. Aber ich glaube, das wird schon wieder nichts. Nein. Mann! Immer wieder sehe ich da etwas. Das ist doch nicht normal. Ich werde nicht so lange nachdenken, du weißt. Man kann nicht so lange nachdenken bei diesen ganzen Zahlen. So. Ich muss das überlegen. Ich muss jetzt einfach mal herausfinden, wie das am besten immer geht. So. So. Okay, ich glaube, ich habe was. Oder? Ich weiß es nicht. Ah, Mann. Ich komme jetzt überhaupt nicht mehr klar hier. Wenn ich das richtig jetzt hier... Nein. Obwohl, nee, das kann nicht sein. Okay, gut. Und jetzt sieht was aus. Ja, gut. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. So. Okay, und die Zweiterrechnung muss ich auf die fünf rauf. Schon? Ja. Das ist Beeilung. Wir haben es gleich. Oder auch nicht. Nein, Mist. Um eine Stelle vertan. Das kann doch nicht wahr sein. Verdammte Mist, aber auch. Klar, Kopf alleine hilft aber hier nicht. Okay. Versuchen wir es nochmal. Okay, wie geht's weiter? Ich muss nachdenken, also komm schon. Versuch einen klaren Kopf zu kriegen. Okay, also wenn ich jetzt mich wirklich jetzt diesmal nicht verguckt habe, sollte der Ausgangspunkt diese drei da rechts sein. Okay, wenn ich jetzt das so mache. Aha. Okay, ich versuch's einfach mal. Also, mal ausgehend von dieser Zahl hier. Also, ich hab jetzt genau hingeguckt. Also, es sollte keine Zahl geben, die jetzt von dort aus weitergeht. So, weiter. Ähm. Ja gut, erstmal muss ich mal gucken. Also, von wie aus kann man die Eins am besten erreichen? Also, die Eins kann man eigentlich, glaube ich, so weit ich das sehe, jetzt nur von der Zwei und dieser Fünf hier erreicht werden. So, von dieser Zwei und dieser Fünf. Okay, wenn ich jetzt aber auch auf die andere Zahl gehe, also wenn ich jetzt das mache... Ach man, es ist einfach zu kompliziert. Fünf, ich muss nachdenken. Also, kann ich diese andere... Ja gut, die Fünf kann ich noch erreichen. Das ist also gut, deswegen können wir sie lassen. Mache ich erstmal das hier? Okay, gut. So, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, ich mache das mal so. Ich gehe mal von hier aus weiter. Okay, vielleicht klappt das. Oh, ich muss mich beeilen. Der Timer läuft ab. Okay, wir haben es. Oh, shit. Ja, gut. Oh, gerade so geschafft. Oh, das war so knapp eben. Was denn? Noch eins? Was zur Hölle? Wieso? Wie soll ich das jetzt noch schaffen? Oh, Mann, ey. Ihr wollt mich doch jetzt echt hier wirklich verarschen, oder? Alter, das kann doch nicht angehen. Okay, aber das ist wieder so eins. Oh, ein Glück. Gut, dann kann ich jetzt erstmal in Ruhe nachdenken. Dann weiß ich jetzt wenigstens, was ich hier machen kann. So, dann mal gucken. Dieser Eins da, ganz oben. Von wo aus kann ich die am besten immer erreichen? Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, von dieser Fünf aus? Genau. Dieser Eins kann ich von dieser Fünf aus erreichen. Und das ist auch sogar die einzige Zahl, die geht. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Also, von dieser Fünf aus geht. Mhm. Okay, gut. Was kann von dieser Fünf aus erreicht werden? Lass ich mal schauen. Äh, ja. Von dieser Fünf aus? Diese Eins hier nur. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Plus diese eine Eins. Und diese Eins wird von der Vier da oben erreicht. Und von sonst keiner Zahl. Also von dieser Vier da oben. Also, fangen wir mal mit dieser hier an. Diese Vier kann nur von dieser Eins erreicht werden. Und sonst von keiner anderen Zahl. Okay, dann mal weiter im Text. Okay, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich ja vielleicht schon mal einen Anfang. Okay, jetzt bloß Konzentration. So, das klappt eigentlich schon. So, das sind jetzt eigentlich erstmal schon mal die ersten Zahlen, die ich hatte. Gut. Was habe ich jetzt? Also gut, was ist mit dieser Zwei da vorne? Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, kann die momentan von keiner anderen Zahl hier erreicht werden. Also, die Drei geht da nicht. Die Vier da vorne geht auch nicht. Gut, dann wird diese als nächstes weggemacht. Okay, wenn ich jetzt auf die Drei gehe, komme ich auf die andere Drei. Und auf die Sechs da vorne. Ja, gut. Auf die andere Sechs. Okay, ich warte mal. Also, wenn ich das jetzt so mache. Also, wenn ich auf die Sechs gehe, dann komme ich auf die Drei. Springe dann rüber auf diese Zahl. Okay, die Sechs muss auf jeden Fall... Oder warte mal. Halt. Diese Sechs hier muss auf jeden Fall zuletzt gemacht werden. Okay, ich muss irgendwie auf diese Vier hier kommen. Nur wie? Das ist schwierig. Okay, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du hast es doch fast. Denk in aller Ruhe nach. Also, warte mal. Die beste Möglichkeit, immer auf diese Vier da unten zu kommen, ist erst mal auf die Drei da zu springen, dann von dort aus unten auf die Eins. Dann würde ich auf die Vier da kommen. Aber die Vier muss dann aber leider die letzte Zahl sein dann. Das heißt, irgendwo fehlt da noch was. Aber das ist nämlich eigentlich das Problem. Also, die Vier und die Sechs. Also, diese Sechs hier und diese Vier hier vorne. Äh. Okay, warte. Halt. So, also, ich komme von hier aus eigentlich nicht weiter. Also, ich glaube, das wird nichts. Also, jetzt mal ausgehend davon, dass ich jetzt das hier versuche. Komme ich auf diese beiden Zahlen. Wenn ich da jetzt gleich auf die Sechs gehe, springt sie ja gleich sofort auf die Eins da vorne. Ja. Dann klappt das leider nicht mehr. Also, egal, was ich jetzt hier noch mache. Also, beide Zahlen gehen jetzt hier total ins Leere. Das war's nicht. Aber es war schon mal ein guter Anreiz, muss ich sagen. Also, das könnte schon mal helfen. Also, das ist jetzt nochmal ausgehend von anderen Zahlen. Oder halt. Warte mal, was habe ich eigentlich vorhin zuletzt gedacht? Ich glaube, vielleicht habe ich ja sogar schon den Fehler bereits gefunden. Das wäre zumindest schon mal ein Anreiz. Joa, ich würde mal sagen, das sieht schon mal ganz gut aus. Äh, aber auf jeden Fall. Okay, ich habe schon bereits den Fehler herausgefunden. Das sollte mir helfen. Gut, das war's. Okay, und ich hoffe mal, das war's jetzt auch wirklich mit dieser Aufgabe. Oh Gott, ich habe den ganzen Part dafür gebraucht, das gibt's doch nicht. Also, das ist der Ozean der Zeit. Mog, sieht man sich auch von diesem familiar aus. Mughal? Es ist so, Kupo. Ich erinnere mich jetzt alles. Wir gehen zum Ort, in dem ich geboren wurde, Kupo. Als Mog noch ein junger Mughal war er mit seinen Freunden zu spielen. Und es ist erinnere mich zu spüren von einem Paradox. Before er wusste, Mog war weiter und weiter von der Land, wo er aufgewachsen ist. Als er auch kam, er war in der Vögel, nicht zu wissen, wie oder warum er da kam. Auf der anderen Seite, er hat er vergessen, über seine Haus, seine Freunde und seine Familie geblieben. Er war ganz allein, ohne Erinnerungen von seinem Vergangenheit. Deine Freunde und Familie sind auf der anderen Seite, nicht wahr? Mog, hast du... willst du nach Hause gehen? Ich habe nie gedacht, dass der Tag kommt, wenn wir ein Freund sagen würden, jemanden, die wir nicht in unsere Leben ohne. Mog, willst du weitergehen mit uns gehen? Oder willst du nach Hause gehen, wo deine Freunde und Familie warten? Mog, die Entscheidung ist deine. Du bist sicher, Mog? Sie wissen nicht, ob Sie eine andere Chance bekommen haben. Sie sind sicher, dass Sie nur ein bisschen länger denken wollen? Was sagen Sie das, Kubo? Mog hat eine neue Haus, gerade bei Sarah's Seite, Kubo. Danke, Mog. Das ist so süß. Aber wenn wir nach Valhalla kommen müssen, Sie müssen auf Lightning hören, okay? Meine Freundin ist ziemlich strikt, Sie wissen. Kubo? Natürlich, Kubo. Lightning hat mich geholfen. Ich versuche, dass sie immer zu sein, Kubo. Also wähle eine Seite, Mog. Sarah oder Lightning. Kubo? Es ist gut, dass ich bin, Kubo. Kubo, 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 Kubo. Kubo! Und wir haben seine Heimat wieder gefunden. Naja. Und dann auch gleich wieder verloren. Denn der Zeitspalt ist ja jetzt zu. Das heißt, wir kommen da jetzt wahrscheinlich nicht mehr so einfach rein. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja immer noch hier so einiges vor uns. Einige Zeitspalten sind ja immer noch hier. Insgesamt noch acht Stück. Und, oh, da ist so ein Vieh. Ich glaube, da kriege ich mal lieber ein bisschen in Deckung. Falls ich kann. Es kommt schon. Komm schon. Komm schon. Und geschafft. Super. Dann sind wir erstmal hier wenigstens ein bisschen in Sicherheit. Und dann können wir auch gleich beim nächsten Mal den nächsten Zeitspalt hier abhaken. Oh, ich hoffe mal, der wird nicht ganz so lange dauern wie der letzte. Oh, man. Das war ja wirklich ein Stress hier. Über 30 Minuten hat das jetzt eigentlich ja insgesamt hier gedauert. Um beide Rätsel zu lösen. Und das war einfach wirklich viel zu viel. Aber gut, egal. Freunde, wieder vielen Dank hier fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal dann geht es hier aber noch weiter in Erba. Wo wir jetzt noch die restlichen Zeitspalten hier einfach mal verschließen wollen. Damit wir auch endlich diese Fragmente haben. Und dann müssen wir zum Glück nie wieder hierher. Aber es könnte trotzdem noch einige Parts dauern. Also, achtet man nicht so schnell auf. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.